Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zu einem weiteren kleinen News-Video. Heute ganz kurz mit, naja, einigen News, die mir von euch zugetragen wurden. Und zwar hat man das wahrscheinlich schon auf anderen Plattformen gelesen. YouTube hat einige Kanäle verwarnt, die Hacking-Tutorials, wie auch eben meine Hacking-Tutorials, vorgestellt haben und auch gezeigt haben, wie man eben sowas machen kann. Ich bin da nicht der Einzige, stellt's euch vor. Ja, ganz kurz zum Hintergrund zu diesen Hacking-Tutorials. Das ist natürlich am Rande der Legalität. Hacking ist absolut legal, sofern man es benutzt, um seine eigenen Webseiten zu pentesten. Das heißt, wenn ich meine Hacking-Skills nutze, um CTF-Challenges bei mir lokal zu lösen, weil ich Spaß dran habe, kann ich das jederzeit machen. Wenn ich auch meine Anwendungen untersuche, ob sie sicher sind, kann ich das ohne Probleme machen. Das ist absolut legal. Und wenn mich jemand beauftragt, irgendwas von ihm zu pentesten, dann ist das auch absolut legal. Und genau zu diesen Zwecken benutze ich natürlich auch meine Hacking-Skills, sage ich jetzt mal. Illegal wird's, wenn ihr zum Beispiel Facebook angreift, Instagram angreift. Auch wenn's euer Account ist, wird das sofort illegal. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Deswegen ist Hacking so ein bisschen eine Grauzone. Und YouTube hat das bislang so gehandhabt, dass sie Hacking-Tutorials demonetarisiert haben. Das heißt, auf meinen Hacking-Videos werdet ihr relativ selten Werbung finden, weil YouTube meint, dass die nicht für alle Werbetreibenden geeignet sind. Sprich, ich verdiene nichts auf den Videos. Das heißt, für mich sinkt der Nutzen, in Anführungsstrichen, wenn ich Videos mit Hacking-Content mache. Aber ich tue es trotzdem, weil ich euch einfach geil finde. Und jetzt hat YouTube einige Kanäle verwarnt. Das heißt, die haben einen Strike bekommen, weil sie eben Hacking-Tutorials gemacht haben. Kurz zu diesen Strikes. Man kann drei von diesen Strikes sammeln. Und wenn man drei hat, dann wird man eine Weile gebannt. Oder sogar permanent wird der komplette Kanal gelöscht. Ich mache aber dieses Video, damit ich euch die Angst nehme. Also jetzt bitte hört mir zu Ende zu. Wäre wichtig. Normalerweise sind solche Kanäle, die solche Strikes bekommen, Leute, die rassistische Inhalte haben oder Nazi-Inhalte oder eben sogar terroristische Inhalte oder sowas. Also wirklich Content, den man eigentlich nicht legal veröffentlichen darf. Hacking ist an sich aber legal. Also vor allem White-Hat-Hacking ist ja absolut legal. Habe ich ja gerade schon erläutert. Und deswegen wurden diese Strikes auch wieder zurückgenommen. Das heißt, die Kanäle sind auch wieder absolut entspannt. Entspannt, also auf doppeltem Sinne, entspannt, entsperrt auch, entbannt, wie auch immer. Und genau, jetzt ist natürlich das Ding, dass viele von euch auf mich zukamen. Hey, ich habe Angst um deine Videos. Nachher ist dein ganzer Kanal irgendwie weg. Wie auch schon bei diesen Kanälen ist es höchstwahrscheinlich so, falls ich irgendwann mal Strikes bekommen sollte und falls das dann auch direkt drei Strikes sein sollten, dass ich dann auch wieder relativ schnell entbannt werden würde. Was ich aber natürlich nicht garantieren kann, ist, dass ich gar nie gebannt werde. Das kann natürlich vorkommen. Aber nur eben temporär, also nicht die ganze Zeit. Falls so etwas passieren sollte, ja, meine Videos sind trotzdem noch da. Ich habe ja alle meine Videos auf der Festplatte. Nein, ich lösche nicht ein einziges davon. Das heißt, euer erster Gang sollte sein, dass ihr mal mein Twitter kontrolliert oder auf dem Discord-Server nachguckt. Die Links dazu sind in der Beschreibung. Facebook ist auch eine Quelle, die ist unabhängig von YouTube. Das heißt, da kann ich euch danach noch erreichen, okay? Und da könnt ihr dann auf jeden Fall weitere Informationen finden. Ich werde auf allen Kanälen, die ich zur Verfügung habe, werde ich dann natürlich sagen, was passiert ist und wie ihr oder wie ich damit umgehe. Also keine Sorge. Meine Videos werden immer kostenlos zur Verfügung sein. Das heißt, die ganzen Videos, die ich jetzt online habe, die werden auch weiterhin online sein. Eventuell dann halt auf meiner Webseite, die aktuell nicht funktioniert. Und ja, ich weiß, das ist auch für viele von euch neu. Ich habe die Webseite abgestellt. Die leitet jetzt einfach nur noch auf YouTube weiter, weil ich aktuell auch keine Verwendung wirklich dafür habe. Es wäre im Endeffekt ein YouTube-Dashboard 2.0, was ich noch mehr pflegen müsste. Und das will ich natürlich auch irgendwie vermeiden. Alles, was irgendwie so zeitlicher Aufwand ist, versuche ich zu vermeiden. Zumindest so viel zeitlicher Aufwand. Genau. Und dann noch ganz kurz zu, was passiert denn, wenn diese Hacking-Videos oder wenn wirklich ich jetzt gebannt werde wegen diesen Hacking-Videos, dann kann es ja sein, dass meine Hacking-Videos runtergenommen werden müssen, damit der restliche Content online bleibt. Ja, das kann durchaus sein. Dann werde ich genau diese Videos eben zum Beispiel auf meiner Webseite zur Verfügung stellen oder über Discord oder über Twitter oder Facebook. Ich finde dann schon eine Quelle, wie ich meine Videos dann weiterhin kostenlos für euch zur Verfügung stellen kann. Alternativ für die Leute, die viel zu viel Panik haben, dass meine Videos irgendwann auch mal nur einen Tag weg sein sollten. Das kann natürlich vorkommen. Da kann ich euch aber auch nicht garantieren, dass ich mal nicht einen Tag lang vergesse, hochzulagen oder sowas. Aber auf jeden Fall für die Leute, die ganz viel Panik haben, in der Beschreibung gibt es von mir einen Patreon-Spenden-Link. Da könnt ihr dann mir monatlich Geld spenden. Und im Gegenzug dazu biete ich euch ab einem gewissen Level an, dass ihr a. früheren Zugriff auf meine Videos habt und b und das könnte für euch vielleicht interessant sein, dass ihr alle meine bisherigen Videos auch wirklich als Datei runterladen könnt. Das wäre natürlich dann die Option für die ganz Paranoiden. Das kann ich euch auch anbieten. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt ein kleines bisschen die Angst genommen. Wie gesagt, es ist hier nichts weiter passiert, außer dass die Kanäle vielleicht ein paar Tage nicht verfügbar waren. Aber ja, das sollte natürlich nicht allzu lange sein. Und wie gesagt, ich informiere euch auch auf den anderen Kanälen. Also schaut da einfach mal bitte vorbei, falls irgendwas sein sollte. Speichert euch die Links irgendwie ab. Ich weiß nicht, wer Twitter hat, kann mir followen. Und Discord kann man einfach dem Server beitreten. Da ist es dann auch wirklich kein Problem mehr, irgendwas zu machen. Und ansonsten sind auch Bookmarks immer eine Option, nur zum Sagen. Genau, und Patreon, wie gesagt, auch eine Option. Also, keine Sorge, es läuft alles weiterhin so, wie es immer gelaufen ist. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe dann bei alter Frische. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.